Lasst mich alle in Ruhe, lasst mich alle in Ruhe, ihr habt doch alle nichts drauf, weil ich eh sowas von tot bin. Aber es ist mir egal, denn ich versuch's weiter, mich zu töten, aber ihr kommt natürlich von da, weil da noch genug Platz ist und jetzt bin ich gleich tot. Ey, verpiss dich! Kleiner Spacken. Ich muss kurz hier zumachen, so, dass von hinten nichts kommen kann. Skelett und nochmal Spinne. Ah, ich gehe fest. Leck mich, leck mich, du Sack. Huh. So, kurz mal Licht machen. Und dann sammeln wir mal ein paar Pilze. Oh ne, ne, kann ich... Ich hab schon wieder keinen Platz mehr. Wie hab ich das denn bekommen? So, und schon können wir die Pilze aufsammeln. Alles super. Und wir haben Kohle und Eisen. Das ist doch sehr schön. Kohle und Eisen. Möchte ich preisen. Lobpreisen, um genau zu sein. Jetzt muss ich nochmal Platz schaffen für... Was brauchen wir denn hier eh nicht? Verrottetes Fleisch. Das ist besser, als gar nichts zum Essen zu haben, ne? Da haben wir noch das Fleisch. Aha, aha, aha. Ach komm, hier. Weg mit dem Bogen. Dafür kriegen wir Kohle. Dafür gibt's Kohle. Oh, Kohle kriegen wir jetzt aber echt viel. Das ist doch... Kann man sich doch nicht beschweren. Also Fackeln können wir dann wieder einige machen. Holz haben wir hier oben nochmal. Warte mal, muss ich mal das hier kurz nutzen. So und so. Holen wir uns das Holz da mal noch. Hau ich am besten einfach mit einer Fackel drauf, weil ich's kann. Kann ich Holz tragen? Ja. Gut, wenn wir das haben... Ah ja, ich mach jetzt übrigens eine längere Aufnahme. Ähm... Sonst hab ich ja immer bei jeder Folge immer einen Neustart gemacht. Jetzt lass ich's tatsächlich mal durchlaufen. Dass ich nicht jedes Mal die Begrüßung drin habe. Also, falls jemand die Begrüßung fehlen sollte... Tut mir sorry. Ich nehm jetzt einfach mal hier länger auf. Versuch irgendwie eine Stunde zu machen, sodass ich drei Folgen habe. Und das dann schon mal ganz gut. Gut. So. Warte mal. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Dann können wir so ein bisschen laufen. Ähm... Einfach mal in die Richtung, wa? Einfach mal gucken, wo's hier hin geht. Okay, da ist die World Border. Wollen wir mal in die Richtung noch gucken. Da ist auch schon wieder die Grenze. Gut, in die Richtung kommt der Gang, das ist klar. Ähm... Das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. In der Hoffnung auf irgendetwas zu stoßen, was hier vielleicht... versteckt ist. Aber offensichtlich ist hier nichts versteckt. Nee. Das können wir doch vielleicht gleich komplett so ein bisschen heller machen. Ganz genau. Hm. Soll ich hier einfach mal die komplette Etage ausheben? Einfach nur, damit's nicht mehr so verwinkelt ist. Und das Licht, äh, weiter fällt von den Fackeln. Wieso hab ich denn das hier eigentlich nicht... dicht gemacht? Ich glaub wegen den Pilzen, oder? So. Aber jedes Mal sterben ist auch blöd. Und ich verliere dann auch, äh, die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Das mag ich eigentlich nicht so. Weil Erfahrung fetzt er schon. So, 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 so. Ist das dicht. Und Spinnweben, also, äh... Darf ich jetzt schon mehr als genug? Aus Spinnweben kann man sich ja Wolle machen, ne? Kann ich mir theoretisch sogar ein Bett bauen. Aber was bringt das mir? Gibt das einen Erfolg? Man kann doch aus, äh, Fäden kann man glaub ich Wolle machen, ne? Und aus Wolle kann ich mir dann ein Bett machen. Ist das so richtig? Glaube ja. Bin ich von da runter gekommen? Ja. Ich hab hier noch gar keinen richtigen Weg, um wieder hochzukommen. So, so. Das da weg. Der da drüber auch weg. Das hier noch weg. Dann... So und so. Oh Gott. Äh, der Weg ist sehr verwirrend. Ziemlich sogar. Aber was soll's. So. Wo komm ich... Wo häng ich denn hier? Äh, nirgendwo. Okay. Das Holz hier hab ich auch noch gar nicht abgeholt. Moment. Da könnten ja theoretisch gleich die Spinnen durch, ne? Oh, da ist eh offen. Ich will nicht, dass die Spinnen da gleich durchkommen. Fuck, fuck, fuck. Oh. Biss dich. Jawoll. Alter. Ist ja nervig. So, gleich dicht gemacht. Hm, wo geht's denn wieder hoch? Wo ging's denn wieder hoch? Wo ging's denn wieder hoch? Wo ging's denn wieder hoch? Ah, hier ging's hoch. Okay. Ich überlege grad, was wollten wir denn jetzt eigentlich? Wir wollten... Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ich wollte noch ein paar Fackeln holen. Sowas glaube ich in die Richtung. Naja, der Weg hier war noch nicht zufriedenstellend. So. Jetzt ist es schon besser. Äh, wie ich immer die Zombies höre. Nein! Du Sack! Gib mir schnell mein Schwert! Gib mir schnell mal ein 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 Schwert! Oh oh! Och ne! Och ne! Pam! Pam! Aus dem Mittagern komme ich! Aus dem Mittagern komme ich! Oh! Ah! Jetzt bin ich so gut wie tot. Ha! Stirb! Lass mich in Ruhe! Oh! Noch eine Spinne! Komm! 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 hinterher geschissen hier. So, jetzt mal gucken. Wir haben noch ein paar Knochen, Fäden. Das passt da mit irgendwo hin. Das ist ja Leder, leider. Da haben wir einiges an Kohle. Holz haben wir wieder gesammelt. Das ist sehr gut. Machen wir uns noch mal ein paar Stickies. Und dann machen wir uns Fackeln. Wo sind sie denn? Also, hier. Hab ich nicht gesehen. So, dann sind hier noch welche drin. So, jetzt brauchen wir noch Kohle. Ich wurde ein wenig gespreizelt, ne gespreizelt, durchlöchert, gepfeilt. An mir wurde gepfeilt. Gefeilt. Naja, pass schon. Zack, jetzt haben wir 55 Fackeln. Das ist schon mal ganz ordentlich. So, das zum Brennen. Wo habe ich denn? Da habe ich noch Eisen. Sehr schön. Jetzt muss ich mir eine Eisenspitzhacke machen. Weil die macht es nicht mehr lang. Stein kann einmal weg. Ach, kann nochmal weg. So. Hier diese ganze andere Schnickschnack. Keiner braucht. Die Kies. Ne, 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 ne. Die Schüsseln können auch weg, weil die kann ich nicht mehr auffüllen. Die Pilze safen wir hier mal. Spinnenaugen auch wieder. Ach, verdammt. Jetzt muss ich ein paar Stickies hätte ich mir doch aufheben sollen. Aber ich habe da noch Holz, ne. Ja, habe ich noch. So. Machen wir so und so. Okay. So. Halt. Zack. Eine will ich doch bloß machen. Und tschak, tschak, tschak. Halt. Zack. Okay. Haben wir noch eine Spitzhacke. So soll's laufen. So, da packen wir noch eine leere Schale rein. Und dann, äh. Was, warte ich. Wer macht hier komische Geräusche. Glaubt es hakt. Freund Blase. Hallo? Schnell weg. Wow. Lass mich einfach alle in Ruhe. Der eine Knubbel da, der muss weg. Das ist doch. Hält doch keiner aus. Au. Ich glaube, hier kann man runterfallen. Muss man ein bisschen aufpassen. So, war das hier unsere letzte Etage? Ja. Okay. Hier kommen wir runter. Da gibt's Eisen. Ja. Dann würde ich sagen, geht's hier zum nächsten Weg nach unten. Hm. Ich frag mich ja, ähm, ob hier noch weitere Kisten versteckt sind irgendwo. Weil irgendwann, äh, bräuchte man, äh, bräuchte man ja doch wieder ein bisschen Material, damit's weitergeht. Ich hab hier so ein ungutes Gefühl. Weil Monster kommen immer mehr. Aber nichts, was mir hier irgendwie was bringt. Wir hatten jetzt noch keinen Erfolg, soweit ich weiß. Oder Wasser. Wasser wär mal cool. Wasser, Erde, dann könnte ich Kartoffeln anpflanzen. Das wär supergut. So, da sind die nächsten Monster. Da guck ich mal in diese Richtung, wie's da weitergeht. Gucken wir auch gleich Monster? Ne. Dann machen wir hier mal weiter und versuchen uns den Weg nach unten zu machen zu den Monstren. So. Also unter mir scheint irgendwie wieder eine Höhle zu sein. Oh, Eisen. Jawoll. Never met. Aha, aha. 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 Ich rechne ja immer mit, dass es nach dem Eisen vielleicht runter geht. Und da vorne geht's runter. Da war doch schon das erste Skelett. Da ist nochmal Eisen. Also, Risikovariante wieder. Creeper. Creeper ist schon mal weg. Und Risiko! Oh oh. Oh oh. Ey, kommt Jungs! Das war nicht so gemeint. Alles easy, alles easy. Ach du Scheiße. So und... So. Erstmal da. Safe. Puh. Ich traue mich jetzt hier gar nicht weiter zu gucken. Weil ich dann wahrscheinlich gleich drauf gehen werde. Okay, Zombies okay. Oh. Bringt mich trotzdem fast um. Trotz der Aussage Zombies okay. So. Und hier noch dicht machen. Na, weg damit. Ich höre trotzdem noch überall Viecher. Die hören sich auch alle so nah an. Wo sind denn die dann? Da hinten drinnen vielleicht noch? Oder direkt unter mir schon wieder. Das kann auch sein. Ist wahrscheinlich sogar so. Dass die schon wieder direkt unter mir lauern. Gut, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als mich hier erstmal überall durchzubauen. Aber Eisen. Mit Eisen werde ich jetzt mittlerweile ganz gut versorgt. Das ist schon mal schön. Oh ja. Boah. Ein riesen Batzen. Genau die richtige Stelle erwischt. Das ist gut. Dann können wir uns dann Rüstung und sowas bauen. Jawoll, jawoll. Das nehmen wir doch gerne mit. Oh. Und die Suppen gehen zu Neige. Ich muss ja mein Leben regenerieren. Bringt da alles nichts. So. So. Mal schauen. Gibt es hier unten schon runter? Nee. Geht es hier schon runter? Auch nicht. Da habe ich eine Fackel platziert. Hier gibt es ja sonst vermutlich nichts weiter außer das Eisen. Da muss ich mal schauen. Das ist alles gerade sehr verwinkelt. Wie baue ich hier jetzt einfach mal runter. Okay. Und immer weiter. Licht, bitte. Sonst sehen doch meine Zuschauer nichts. Oh oh. Hört sich schon wieder sehr monsterbehaftet an hier alles. Soll ich einfach mal einen Schlenk hier dann machen? Oh. Moment mal. Wieso ist denn hier so ein Stein? Das ist eigentlich nicht normal, oder? Oh. Spawner. Skelett Spawner. Jihau. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Allerdings Skelett... Puh. Ist jetzt schwierig. Die alle so kacke sind. Und... Oh Gott, wie viele! Äh, da brauche ich mich gar nicht erst reintrauen. Oh Gott. Sterbt alle, sterbt alle, sterbt alle. Ich hätte gern wieder eine Fackel. Jawoll, jetzt beschießen sie sich alle gegenseitig. Sauber Jungs, sauber. Weiter so. Könnt ihr euch bitte weiter beschießen? Ihr schießt auf den hier vorne. Schießt euch endlich gegenseitig. Verdammt. Ja. Also einfach so ganz blind rein stürmen will ich da jetzt nicht... Äh, nicht. Verdammt. Aber sie beschießen sich noch ein bisschen. Aber ich muss da rein, um den Spawner auszuleuchten. Das hat dann wieder so eine Risikovariante jetzt. Und, los geht's. So. Lasst mich alle in Ruhe, lasst mich alle in Ruhe. Ihr habt doch alle nichts drauf, weil ich eh sowas von tot bin. Aber es ist mir egal. Denn ich versuche es weiter mich zu töten. Aber ihr kommt natürlich von da, weil da noch genug Platz ist. Und jetzt bin ich gleich tot. Verdammt. Alter Schwede. Da waren ja gar nicht mal so viele Skelette, ne. Nöööööö. Alles cool. Aber, wird es bitte auch schon ewig weit unten, oder nicht? Ähm... Nee. Ein Holzschwert. Ich renne jetzt mit einem Holzschwert runter. Einfach nur, damit ich überhaupt irgendwas hab. Damit ich irgendwas habe, woran ich mich festklammern kann. Ein bisschen Glaube an... Äh... Glaube an gar nichts mehr, eigentlich. Da ich ja weiß, dass mein Essen zu Neige geht. Mh, 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 mh. Das hab ich ja echt dumm gebaut eigentlich hier. Aber ja, ja. Man kann ja nicht an alles denken. Vor allen Dingen ich nicht. So, hier ging's weiter. Kommt hier jetzt schon gleich meine... Skelett-Ecke? Nee, ne? Ach, da war ich auch... Oh, da war noch Eisen. Das hatte ich noch gar nicht mitgenommen. Nee, hier war ich doch schon wieder dabei, mich weiter runter zu graben, oder? Ja. Jetzt kommt gleich die Skelett-Ecke. So, das erstmal dicht machen. Okay. Jetzt wo das dicht ist, sieht's doch schon wieder besser aus. Hauptsache, da kommt jetzt erstmal nichts hinterher geschissen. Okay, hier hab ich halt natürlich panisch alles irgendwie ausgeleuchtet. Aber wir haben Skelett-Spawner. Was echt nicht schlecht ist. Und wir haben... Jaaaa...